Hallo, heute sage ich euch wie man sagen kann, Top Secret, Videos in Hochformat von YouTube oder egal welche Scheiße herunterladen. Geheißt du in meiner Webseite habe ich denn Programm lasse ich auch den Link unter ist einfach zu benutzen. Ich lerne euch wie das geht. Ok, einfach wie das geht. Geheißt du in diese Link unter wann du nicht weißt was ein Links ist weil. Dein Kopf reicht nicht für das. Dann guck mal dem Video. Geheißt du in den Link geht in diese Seite www.gukulor.s.tl Ich spreche ein bisschen komisch dann YouTube mich nicht identifizieren kann. Und guck dem Video. Geheißt du in die Seite www.gukulor.s.tl Einfach gehe ich klicke in herunterladen. Und der Link ist in me-kauplert. Und fertig. Ah und den Programmer funktioniert so. Ich ne-te sprechen. Ich ne-te sprechen. Ich ne-te sprechen. Ich ne-te sprechen. Ok. Funktioniert so. Hier sind die Formats. Sehen sie. Und hier folge ich einen Link. Und fragen mich nicht nochmal was ein Link ist. Und heruneladet im Video sehen sie. Sehen sie das ist ein Video. In Format AVI. Für mich der Beste. Ist es ein Video. Es ist ein Video. Freie. Vielen Dank.